Welcher Beruf ist der richtige für mich? Diese Frage stellen sich viele Jugendliche, die noch zur Schule gehen. Das Projekt Wirtschaft macht Schule bietet Schülern die Möglichkeit, das herauszufinden. Auch die Karl-Netter-Realschule in Bühl hat jetzt einen Kooperationsvertrag mit zwei Wirtschaftsunternehmen unterzeichnet. Denn Berufsorientierung hat hier einen besonderen Stellenwert. Das Projekt Wirtschaft macht Schule eine ganz große Bedeutung für uns, weil wir schon seit mehr als zehn Jahren ganz aktiv im Bereich der Berufsorientierung tätig sind und wurden dann 2008 durch die IHK unterstützt, die auch dafür gesorgt hat, dass wir Kontakte zu neuen Industriebetrieben knüpfen konnten, die heute unsere Kooperationspartner sind. Im Rahmen des Projekts gibt es verschiedene Angebote, von denen nicht nur Schüler profitieren, sondern auch die beteiligten Unternehmen. So auch die Sparkasse Bühl. Wir laden die Schülerinnen und Schüler zu uns ein, das Berufsbild Bankkaufmann kennenzulernen und wir trainieren mit den Schülern Bewerbungssituationen. Und ja, selbstverständlich versprechen wir uns auch für uns was davon. Zum einen, dass wir uns schon recht früh dadurch um unseren Nachwuchs kümmern können und zum anderen, dass wir uns als fairen und kompetenten Finanzdienstleister präsentieren können. Was hinter einem Arbeitstag steckt, worauf es ankommt, können die Schüler auch bei der Firma Dow Deutschland Anlagengesellschaft NBH in einem Praktikum lernen. In einem Praktikum arbeiten sie ganz normal in den Produktionsanlagen mit oder in den Laboren kriegen sie gezeigt, welche Versuche da durchgeführt werden beziehungsweise welche Rohmaterialien wie untersucht werden müssen. Auch die Stadt Bühl steht hinter dieser Kooperation und unterstützt diese tatkräftig. Die Schulen versuchen wir insgesamt bei der inhaltlichen Entwicklung ganz stark zu unterstützen. Das heißt, wenn irgendwelches Material dafür gebraucht wird, gibt es natürlich zur Verfügung gestellt, aber auch Poolstunden. Soweit jetzt unsere Schulsozialarbeiter betreffen, bringen wir in dieses Projekt ein und ähnliche Dinge mehr. Beste Chancen also für Schüler, ihren Berufswunsch oder sogar schon ihren zukünftigen Arbeitsplatz zu finden.